Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von Was trenntet die Woche, endlich kann ich mal wieder meine Begrüßung machen und endlich sind wir auch wieder zurück bei diesem Projekt, das ja wegen meines zweiwöchigen Urlaubs zwei Wochen lang ausgefallen ist, zwei Sonntage gab es keine Folge Was trenntet die Woche, aber ab heute wird es wieder soweit sein, regelmäßig jeden Sonntag wird eine Folge erscheinen. Vielen, vielen Dank nochmal für die vielen Zuschauer, die gestern im Livestream mit dabei waren, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und jetzt wo ich noch Ferien habe, wird auch denke ich mal spontan unter der Woche mal gelivestreamt, also immer darauf achten, immer die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr ja eine Benachrichtigung, sofern ich den Livestream starte und sofern ihr dann Zeit habt, seid ihr natürlich sehr herzlich dazu eingeladen, mit in den Livestream zu kommen. Also, starten wir rein und ab in die Trends. Die Trends, das kann ich schon mal vorneweg sagen, sind sehr, sehr gut bestückt mit Videos des G20-Gipfels, der ja die letzten beiden Tage, beziehungsweise die letzten drei Tage dann in Hamburg stattfand und ja, wir schauen gleich mal die ersten drei Videos ein bisschen genauer an, obwohl das eigentlich egal ist, welches Video man sich irgendwie anschaut, das hat irgendwie alles was mit Krawallen zu tun und Demonstrationen und so weiter und so fort. Wir gucken mal, welches Video nicht vom G20-Gipfel handelt. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein normales Video finden. Ich wollte gerade sagen, ein normales Video, aber nein, Leon Machère, Apecrime wird geroasted. Scheint jetzt auch irgendwie so der neue Trend zu sein, also nach ApoRed, der ja auch schon gegen YouTuber begonnen hat, Disstracks zu machen, reiht sich jetzt auch Leon Machère dort ein. Gut, ich hab mal viel von dem gehalten, ich fand den eigentlich mal sehr sympathisch, hat sich jetzt in den letzten Monaten und dem letzten Jahr dann sehr stark geändert. Die Slivki-Show ist wieder mit dabei, fünf Live-Hacks von Slivki-Show, das freut mich, dass der Kanal mal wieder mit dabei ist. Ja, ein weiteres Video von G20, was haben wir hier, G20, G20, der Boden ist Lava, Challenge, ist das möglich? Ja, anscheinend ist das möglich, die toten Hosen, G20, G20, also egal wo du hinschaust, die Hälfte der Videos oder fast drei Viertel der Videos, die hier in den Trends sind, handeln vom G20-Gipfel. Ja, hat ebenfalls ein Video gemacht, wo der liebe Simon aka Unge auf der Demo von der G20 fast angegriffen wurde, der hat dazu, glaube ich, einen Livestream gemacht, was auch ein bisschen fragwürdig ist. Also ich meine, es ist schon schlimm genug, da musst du ja nicht extra noch einen Livestream machen oder halt ein Video davon, wie du live da bist, ich meine, es ist schlimm genug. Aber okay, muss jeder selber wissen, er ist, denke ich, mal alt genug, um das für sich selber zu entscheiden. Dann Julien Bam, mal wieder ein normales Video, Simon Desue oder Julienko, YouTuber, Photoshoppen. Na gut, jetzt schauen wir nochmal auf die ersten drei Videos etwas genauer, obwohl das meiner Meinung nach einfach total sinnlos ist, weil jedes dieser drei Videos oder vier, fünf Videos handelt von dem G20-Gipfel. Szenen wie im Bürgerkrieg hier brennt, die Elbchaussee in Hamburg, G20, wieder Ausschreitung auf St. Pauli und in der Schanze und auf Platz 1 ein sehr, ja, beängstigter Hashtag, Hashtag Welcome to Hell, schwarzer Blockkriot in der Elbchaussee. Elbchaussee, also es sieht wirklich aus wie im Bürgerkrieg, wie im Weltkrieg, dabei ist Deutschland doch so ein friedliches Land und so weiter und so fort. Aber Deutschland wurde natürlich auch schon von, ja, diversen Attentaten auch überschattet. Und in Berlin zum Beispiel, ja, an Weihnachten, was bei den Fußballspielen zum Beispiel passiert ist, da ist ja mal ein Fußballspiel in Hannover abgesagt worden. Gab es noch irgendwie was, was mir spontan einfällt? Nein, es waren auf jeden Fall noch mehr Sachen, die ich jetzt nicht so spontan sagen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig, was man hier sieht. Also das ist echt schlimm, also vor allem für die Leute, die da wirklich in Hamburg wohnen und wirklich nichts dafür können. Ich meine, da brennen ja Fahrzeuge oder da werden Sachen angezündelt von Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben, ja, die überhaupt nicht demonstrieren gehen, die überhaupt nicht darin verwickelt sind. Und trotzdem müssen diese Leute darunter leiden, weil einfach so ein paar Idioten sich nicht benehmen können. Ich meine, zu demonstrieren ist ja nichts Schlimmes. Also ich meine, es gibt ja genug Demos, aber so und so, also ich glaube, das geht besser und so Szenen sollten so schnell wie möglich nicht mehr zu sehen sein in Deutschland auf jeden Fall. Und ja, das ist halt hier in den Trends überschattet. Jedes zweite, dritte Video handelt vom G20-Gipfel, egal ob es eine Stellungnahme ist, Nachrichten hast du nicht gesehen, Live-Videos. Also das ist wirklich sehr schlimm und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder ein paar normalere Videos in den Trends sehen. Ja, dann war diese Folge mal wieder ein bisschen länger, aber es gab auch wieder was mehr zu erzählen, was Schlimmes leider, aber okay, das gehört auch leider dazu. Das ist halt in unserer Gesellschaft heutzutage so, da kommt man nicht drum rum. Ja, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaut morgen wieder rein, wenn es dann bitte Minecraft Monday auch wieder losgeht. Wo ihr dann auch wieder abstimmen könnt, ne, die zwei Wochen sind natürlich jetzt rum, wo einmal Molecraft kam und einmal Quickswire Games, glaube ich. Ja, schönen Sonntag und dann sehen wir uns bis morgen. Haut rein! Outro 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 Outro